Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe gerade ein Paket bekommen, das habe ich gestern erst bestellt und zwar beim Matuschka Shop. Kennt ihr den schon? Der hat so Friseurbedarf, Kosmetik. Eine Beauty-Bag mit 11 Originalprodukten von verschiedenen Herstellern in Reisegrößen. Für 5 Euro. Ich zeige euch mal, was da jetzt angekommen ist. Das finde ich richtig toll. Für 5 Euro habe ich gar nicht gezögert. Kerstin hat mir das gesagt. Dankeschön nochmal an Kerstin für den Tipp. Und ich habe geschaut, das Angebot gibt es heute noch. Deswegen dachte ich, das nehme ich auf, zeige ich euch. Und dann könnt ihr überlegen, lohnt sich das für euch? Und dann könnt ihr das auch noch bestellen. Ich werde es unten in die Infobox mal verlinken. Einmal habe ich von Goldwell solche Wellenklammern. Die Schere. Mal auf, zeige ich euch mal. Das ist so zum Haareunterteilen. Wenn ihr jetzt Haare schneidet oder so oder färben wollt und das so unterteilen wollt, sehen es so aus. Und das sind 5 Stück. Einmal sind diese Haarklammern da drin. Dann haben wir ein großes Produkt drin. 300 Milliliter Authentic Beauty Konzept. Das ist ein Glow Cleanser für koloriertes Haar. 300 Milliliter. Riecht gut. Mal ein bisschen rausholen. Ah ja, das ist so durchsichtig. Hat einen guten Duft. Und ich denke mal, das probiere ich aus und werde euch in einem Aufgebraucht mal erzählen, wie mir das gefallen hat. Ich habe ja in dem Shop schon mal geschaut. Ich finde, da sind echt günstige Sachen dabei. Einiges war wirklich für 30 Cent. Ich habe gestaunt. Dann ist da drin als drittes Produkt ein Thermashape. Ein Hitzeschutz für die Haare. Und das sind 25 Milliliter zum Reinsprühen. Ich sprühe mir mal ein bisschen was rein. Das riecht auch gut. Ich mache sowas auch manchmal wie so ein Nive-In noch mal rein. Das könnt ihr auch machen. Weil das glättet immer noch mal ein bisschen und das gibt so ein bisschen. 20 Milliliter sind da drin. Dritte Produkt. Dann haben wir hier noch mal was Kleines. KMS Hairstay. Das ist eine Pomade für die Haare. Das ist eine Haarpomade. So sieht das aus. Riecht auch gut. Und da könnt ihr eure Haare so ein bisschen mit stylen. 10 Milliliter. Dann haben wir von Invisible Bubble diese Wellenspangen da drin. Einmal in durchsichtig. Drei Stück sind das. Und diese hier so in durchsichtig. Könnt ihr eure Haare dann so ein bisschen mit zurückstecken. Mache ich jetzt hier mal rein. Die finde ich auch toll. Und dann haben wir die auch noch mal in braun da drin. Auch drei Stück. Diese Invisible Wellen Haarspangen. Also zweimal Haarspangen. Dann haben wir so eine Tasche da drin. Ohne Inhalt. Steht auch alles dabei. Nur sind keine Fotos dabei gewesen. Da war ich dann selber ganz gespannt was da kommt. Aber für 5 Euro habe ich gedacht. Da kann ich nichts verkehrt machen. Und die Tasche ist aus. Steht hier drauf. The Art of Hair Extensions. Eine schöne große Tasche übrigens. Mit zwei Ziffern. Also könnt ihr von beiden Seiten aufmachen. So sieht die innen aus. Könnt ihr ordentlich was reinpacken. Da passt viel rein. Habt ihr noch Zwischentaschen. Hier habt ihr kleine Taschen. Da könnt ihr entweder eure Kosmetik reinpacken. Oder eure Schneide-Sachen. Schere, Kämme, sowas. So eine Tasche. Und die ist auch schön groß. Da passt viel rein. Dann haben wir etwas. Das kenne ich sogar schon aus einer Glossybox. Glaube ich. Das ist eine sanfte Schaumseife mit Aloe Vera Jojoba Öl. Mal diese hier. Fürs Gesicht. Sehr schön. Ein bisschen schütteln. Und. Ah ja. Oha. Das ist der Schaum. Also ich bin hier heute ungeschüttelt. Mir fällt heute alles runter. Also einmal so einen schönen Schaum. Pflegend gleich mit Jojoba Öl. Weg wieder damit. Das war aber viel. Da war aber viel jetzt rausgekommen. So. Ja. Den einmal. Dann haben wir hier noch so eine kleine Flasche. Das ist Chey Olive Organics Hair and Body Shampoo. Also kannst du für den Körper und für die Haare verwenden. Ah. Das ist noch komplett verschlossen. Werde ich aber auch bestimmt in einem Aufgebraucht mal erzählen, wie das ist. So eine kleine Flasche. Für Haut und Haare ein Shampoo. Dann haben wir da drin KMS. Das einmal. Und das ist Tame Frizz. Ich glaube, das müsste für die Haare sein. Hier steht Leaf In. Repariert deine Haare in drei bis fünf Minuten. Guck mal. Ah ja. Das ist so eine Creme. Hm. Die riecht auch gut. Ich mach das mal so ein bisschen noch mal in die Haarspitzen rein. So. Ein Leaf In, wie ich das verstanden habe. Bleibt das drin. Obwohl ganz sicher bin ich nicht, weil hier steht drei bis fünf Minuten. Aber Leaf In bedeutet ja eigentlich immer, dass es drin bleiben kann. Und als letztes haben wir hier drin. Authentic Beauty Concept. Das einmal. Und das ist... Mach eine Spange raus. Für feines Haar. 50 Milliliter sind das. Ein Reiniger für feines Haar. Cleanser. Ich glaube, das ist ein Shampoo für feine Haare. Na. Aber das kriege ich ja schwer auf. Mach mal ein bisschen was raus. Oh ja. Oh, das ist aber viel. Das machen wir schon wieder zurück. So. Jetzt kann ich schon gar nichts mehr riechen. Das waren zu viele Düfte auf einmal. So. Doch. Oh, das riecht auch richtig gut. Das ist ein Shampoo für feine Haare. Also ich finde, für fünf Euro lohnt sich das. Ich musste allerdings 5,95 Euro versandt bezahlen. Aber es war innerhalb von einem Tag da. Das habe ich auch so selten. Da war ich richtig überrascht. Ich habe noch nicht damit gerechnet. Also einmal ein Shampoo für feines Haar. Dann haben wir hier 300 Milliliter gleich ein großes Shampoo für koloriertes Haar. Dann haben wir eine Pomade. So ein bisschen was, um deine Frisur zu stylen. Dann haben wir ein Hitzeschutz. Ein Waschschaum für das Gesicht. Und einmal KMS Tame Friss. Das ist ein Leaf In. Dann habe ich hier Haar- und Bodyshampoo. Invisible Bubble In Braun. Und nochmal. Wenn ich hier drei Stück in durchsichtig. Und das letzte Produkt, das waren diese Goldwell Clips. Und dieses Goldwell Wave Clip Set mit fünf Spangen. Super. Ich kann sowas zum Beispiel sehr, sehr gut gebrauchen. Zum Abteilen, beim Haare färben oder beim Haareschneiden. Ich meine, das kannst du natürlich auch so. Wenn du deine Haare einfach mal nach hinten klemmen willst, nehmen. Zehn Produkte sind das. Einige sind ein bisschen kleiner. Zehn. Und die Tasche ist in Nummer 11. Genau. Die habe ich fast vergessen. Die ist ja auch noch dabei. Und die finde ich auch klasse. Ja. Insgesamt habe ich jetzt 10,95 Euro bezahlt. Wegen dem Versand. Aber ich finde, das hat sich gelohnt. Das sind tolle Sachen, weil die ich ausprobieren kann. Ja, könnt ihr mir ja mal schreiben. Kennt ihr diese Firma schon? Ich kannte die noch gar nicht. Also für mich ist das ganz neu. Werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Friseur Styling bei Renate Matuschka. So heißt das. Ja, ich finde die Sachen toll. Ich freue mich drüber. Und für den Preis wirklich ein Schnäppchen, finde ich. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.